Ich hoffe, ihr hattet trotz allem ein gutes Halloween. Es führt mir ja bei uns mittlerweile auch sehr regelmässig. Was für die Kinder sehr super ist, aber für die Eltern, glaube ich, ist es ein bisschen schlimm. Ich selber habe kein Kind, aber wenn ich jetzt einen Sohn hätte, würde ich mich in einem Clinch befinden. An 364 Tagen im Jahr würde ich ihm sagen, nimm ja nie Süssigkeit von irgendwelchen Fremden an. Und dann kommt Halloween und du sagst ihm genau das Gegenteil. Eine Därf-Süssigkeit, er soll sogar darum betteln. Und nicht nur bei den Nachbarn, wo es noch halbwegs sicher wäre, sondern irgendwo bei wildfremden Leuten. Meine Nachbarn sind auch manchmal mega nervig, aber bei denen weiss ich wenigstens, das sind meine Eltern. Das ist sicher, dort passiert nichts. Dort können sie von mir aus sogar ein bisschen Wasch mitnehmen und den Bohrer wieder zurückbringen, der das Grosse schon lange ausgeliehen hat, seit dem Frühling. Das wäre praktisch eigentlich. Für Süssigkeiten machen die ja alles. Sie laufen einfach nach Sonnenuntergang, ziehen zu den Häusern in ihrem Skelettkostüm, welches du auch noch zahlen musst. Was auch recht happig ist. Wenn schon, dann soll er doch sein Kostüm selber zahlen. Oder als armer Junge, der sich halt kein Kostüm leisten kann. Oder am besten, wenn er eh schon ein Skelett sein will, soll er ein T-Shirt ausziehen, Bauch einziehen. Und dann sieht man das Skelett auch ein bisschen. Das ist eher so ein Skelett in einem Menschenkostüm. Aber ein Skelett anlegen über ein Skelett im Menschenkostüm ist einfach unnötig. Einfach doppelt gemobbt. Und wem haben wir das zu verdanken? Den Amerikanern natürlich. Schöne Tradition, die eingeführt wurde, zuerst alle Kinder süchtig machen. Nach diesen Fröschen und diesen Marshmallow-Mäusen, die sie am Schwänzchen halten und den Kopf abbeissen. Und dann, wenn die Eltern das zu viel finden und es verbieten, kommt Amerika und sagt, du als Kind bist unabhängig von deinen Eltern. Du kannst auch von dir aus die Häuser ziehen und dir das selber verdienen. Und so lernen unsere Kinder schon im kleinen Alter, dass es im Leben um Mäuse und Kröten geht. SWR 2022